Ach, der ist tot! Okay. Die Wachen sollten wir nicht angreifen. 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ich soll gleich mal meine Sachen reparieren. Okay, das hat ja nicht so gut geklappt, aber wir haben jetzt einen gefangenen Mensch. Wo auch immer die ganzen Gegner herkamen. Kann er sich auch herholen? Ja. So. Was brauche ich denn jetzt für die Sachen, die wir jetzt bauen müssen? Holz und Stoff. Das sollte doch bestimmt kein Problem sein, ne? Holz haben wir hier noch, mir fehlt jetzt eigentlich nur Stoff. Ne, und noch mehr Holz. Ah, jetzt ist das. Ja. Ach, ich werde das немножечert. Ach, ich werde das. Ach, ich werde das. Ach, ich werde das mit. Ach, ich werde das, ich werde das. Ach, ich werde das. Okay, jetzt wird nur noch Stoff. Okay. Okay, jetzt wird noch Stoff. Ich wusste es. Und was bringt die uns jetzt? Cool. Okay. 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 Okay, das klappt nicht so gut. Ich führe nur meine Sachen wieder an. Ich führe nur meine Sachen wieder an. Das Team verfolgt mich. 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 Was ist mit ihm denn? Das Team verfolgt mich. Das Team verfolgt mich. Was ist mit ihm? Das Team verfolgt mich. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist das eigentlich mit dir? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist das, was ich da rein tue? Ach du Schindler. Bleib das mal da drin. Ich habe noch nicht freigeschaltet. Was ist das, was ich da rein? 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 Oh. Ich weiß halt nicht, wie ich dieses Heilmittel herstellen kann. Ach komm, die machen da schon. Haben die nichts mehr? Uh, die haben nichts mehr. Komm, hier. Bis zum nächsten Mal.